Na, sehr wenige, würde ich behaupten. Auf Nemesis vielleicht mal wer, aber ansonsten sieht man das halt wirklich so gut wie nie. Ich auf jeden Fall. Und das finde ich halt schade. Weil durch Distortion wird sowas natürlich dann noch weiter weggeheated. Schade. Wäre schön gewesen. War wahrscheinlich zu kurz. Und das war zu weit. Okay, reloaden wir einfach mal. Dö, dö, dö. Was? Oh. Falsch abgeschätzt, leider. Der Bauden ist lose, Freunde. Der Bauden ist lose, sage ich euch. Okay, sie ist ein bisschen wilder unterwegs, würde ich behaupten. Nochmal denselben Loop, homie. Ähm. Lady. Lady. Wir haben einen Cheater. Nice one. Cool. Wow. Hahaha. Äh, den kennt man, glaube ich, sogar. Also die Cheats kennt man relativ gut. Oh, ich kann den Locker nicht mal öffnen, oder was? Ja, dann pissen wir uns einfach mal raus. Langsam aber sicher, Ted. Langsam aber sicher. Okay. Durchziehen, durchziehen, Ted. Never give up, never surrender. Ich hau mich in die Animation hier rein, für den Locker. Oh, oh, sie kann mich trotzdem stunnen. Was? Macht gar keinen Sinn, was? Oh mein Gott, die spielen sogar wirklich zusammen. Warte, hielt die sich gerade im Locker? Oh mein Gott, die hielt sich gerade im Locker. Die hielt sich gerade im Locker. Wenn du jetzt Flashlight safest, das wäre so bodenlos, ja. Holy shit. Ja, also doppelt melden, verstehe ich ja. Ich weiß nicht, ob doppelt genug ist. Was? Sie wurde gehealt. Okay. Ja, die ganze Lobby, ja, sieht leider wirklich gerade so aus, ne? Ja, ich reload trotzdem, habe ich vorher schon gesehen. Ja, es ist da mich einmal noch, ist mir egal. Wir sind wieder im Loop gefangen, Freunde. Bist du wieder im Loop gefangen? Wir beweisen aber Durchhaltevermögen. Wir beweisen aber Durchhaltevermögen. Ey, du dumme. Das ist so komplett dumm. Wir haben es ja Buckle ab. Ja, das sittet nicht mehr dann. Was? Was? Sie cheatet halt auch. Oh mein Gott. Als ob... Sie hilft nicht nur bei den Cheats, sie cheatet mit. Oh mein Gott. Holy moly, Freunde. Was sehen wir hier denn? Was sehen wir hier denn? Also, die können gerne so weitermachen. Juckt mich nicht sonderlich, ne? Die hat wahrscheinlich auch Wallhacks und so. Die hat wahrscheinlich alles in ihrem Leben. Also, ob das halt wirklich Spaß macht für die, ist halt die Frage, ne? Mehr Meldematerial for real. Na, versuchen wir mal die anderen zu finden. Um sie zu fisten, immer schon so. Oh, sie sind nicht mal hier. Da drüben sind sie. Ja, komm, dann probieren wir mal. Okay. Okay. Vielleicht so? Geschätzt. Hm. Schwierig. Nein, nein, nein. Sag nicht, dass sie auch... Nein. Sag nicht, dass sie auch locker Cheats hat. Die Flash da hat safety trotzdem, oder? Die kann da durch irgendwie, keine Ahnung wie, aber ja, shit happens, I guess. Flash da safe kommt, ne? Hahaha. Was für kranke Loser. Was für kranke Loser. Komm, Flash da safe gleich. Juck dir nicht. Oh, Freunde, wir bekommen Nug. Das Problem ist, die Clödy kann sich eh härtepähen. Weiß ich nicht, ob das jetzt so viel bringt. Mal schauen. Wir geben unser Bestes. Und jetzt am Haken direkt ausweiten für Insta-Kill. So. Auch mal wichtig. Auch mal verstehen. Schön. Achso, natürlich. Haha, obvious. Obvious, Lady, obvious. Ja, genau. Die ist halt nicht mal gut, ist das Problem. Die sind ja nicht mal gut. Das ist ja immer das Lustige bei so Cheatern. Ja, schade. Gut. Zeig mir dann, Skilled Lady. Nee, das ist einfach nur schlecht. Ja, das ist voll real, aber so lustig auch. Was mir hat, ist das Disisive oder so? Oh. Oh, nee, nicht mal. Ist nicht mal Disisive, da steht nichts mit dabei. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Das ist halt einfach nur beherrlich. Ich. Oh, Mann. Gelevelt. Null müssen, erklär ich, minus 1000. Ja. Das ist halt bodenlos auch. Die fühlen sich halt auch noch so sehr. Die fühlen sich so sehr. Hä, sie irgendwie. Oh. Die sind ja alle verloren, oder? Also ja, sie wird sich natürlich eh rescue. Ja, aber holy shit. Meldung wegen Schlechtseiten. Hahaha. For real. Wozu Hello ist die überhaupt hin? Hahahaha. Durch Züüüüüüün, durch Züüüüüüüüüüüüüüüüüüüün. Bodenlos. Einfach nur bodenlos, Freunde. Holy moly. Na, sie dachte, sie kann locker rechtzeitig. Ja, last one Ciao I wish you a good escape I wish you a good escape I wish you a good escape And a very sexy year Schaut sie euch an Ich habe Angst, dass ich das Geld aufmache Komm her Versuch doch an Me zu retten Alles ist gut Alles ist gut Freunde, sie schafft es bald Den einen holen wir uns so gut wie möglich, Freunde Was? Die Auto-Aiben mich sogar komisch Wie kann man so bad sein im Spiel? Das ist doch so funny, hä? Die wurde geheilt Das ist so lustig Wie scheiße man sagen kann Komm, wir reloaden mal Werden nochmal kurz gestunnt Ein bisschen Zack weg Hä? Hä? Gut Gleich ihre PCs löschen Richtig Ciao Schönen Tag Okay Komm, rescue dich und geh raus Ciao Was für bodenlose Loser Was für bodenlose Loser Schade Wie kann man so bodenlos scheiße sein? Oh man Oh sie geht aber selbst auch raus Wundersam Ich hätte jetzt gedacht, die will jetzt wirklich so eine Stunde das ganze durchziehen Haha Äh Well Good bands next, I guess Haha Junge, was für geil, Leute Die sind ja so scheiße Die sind so geil scheiße halt Ähm Warte mal, wer war der Cheater? Claudia Cheating Einfach mal War fun Ja, alles gut, alles gut Wenn du ein War-Fun-Bastard sein willst, ist dein Ding Äh Supporting Cheaters Ähm Alle waren Cheating Ich glaub nicht Ich glaub, das haben sogar wirklich nur der eine gemacht Aber kann sein Ich weiß es nicht Äh, ich kann nicht mal mehr Okay, jetzt Cheating Fragezeichen Supporting Cheaters What should Machen wir es mal so Talia auf jeden Fall auch Ja, Talia Schon ein bisschen sassy Ich weiß nicht, wen haben wir schon Ich glaub Sable viele uns noch, oder? Ich kann Sable nicht Sable kann ich nicht Okay Ich klöde dir Auch noch mit dem Map Offering Bist Bist knick Wie sch